Herr Dr. Schütz, Sie sind unser Busenfreund des vergangenen Jahres, stellvertretender Klinikdirektor am Brustzentrum der Universitätsfrauenklinik Heidelberg. Sie nehmen als Forscher und Brustkrebsmediziner speziell das Immunsystem von Brustkrebspatientinnen ins Visier. Dafür haben Sie ja auch im letzten Jahr unseren MamaZone-Forschungspreis bekommen. Zunächst die Frage, die ganz viele von uns beschäftigt. Haben wir Brustkrebs bekommen, weil unser Immunsystem versagt hat? Ich glaube, das kann man so nicht ausdrücken. Es ist so, dass das Immunsystem durchaus in der Lage ist, Krebserkrankungen zu erkennen und hier auch Abwehrmechanismen zu bilden. Das Problem ist, glaube ich, eher, dass Tumorzellen in der Lage sein können, das Immunsystem auszutricksen. Es ist also kein Versagen des Immunsystems, sondern es wird quasi vom Tumor selbst ausgetrickst und kann einfach nicht mehr adäquat reagieren. Wir wissen aber, dass das Potenzial im Immunsystem schlummert, Tumorzellen abzustoßen. Und wie machen das die Krebszellen, dass die das Immunsystem austricksen? Da gibt es mehrere Mechanismen. Zum einen führen die Tumorzellen eine Wandlung durch, dass sie einfach weniger Antigene auf der Oberfläche zeigen. Sie machen sich unsichtbar eventuell für das Immunsystem. Genau. Das Zweite ist, dass das Immunsystem vom Tumor beeinflusst werden kann. Er produziert bestimmte Stoffe, die er abgibt an die Umgebung. Und diese führen dazu, dass das Immunsystem mit seinen eigenen Waffen geschlagen wird. Es gibt nämlich Zellen, die regulieren eine Immunreaktion, damit diese nicht überschießt. Und diese regulatorischen Zellen, die kann der Tumor oder einige Tumoren, können diese Zellen aktivieren, sodass die anderen Immunzellen, die eigentlich die Tumorzellen abstöten sollen, dass die dann eben dementsprechend nicht mehr aktiviert werden können. Und dann kommt es dazu, dass Zellen sich zu einer Geschwulst heranbilden, also zu einem Tumor. Also in unserem Fall zu einem Brusttumor. Und was macht das Immunsystem dann, wenn der Tumor schon da ist? Ist das weiterhin auf, wie soll ich sagen, auf ausgestellt und lässt den Tumor schön wachsen? Oder passiert da im Immunsystem was im Körper? Es stellt sich eine Balance ein. Wir dürfen das nicht so schwarz-weiß sehen. Also das Immunsystem ist nicht an- oder abgestellt. Das Immunsystem ist ohnehin ein sehr, sehr weiter Begriff. Alle Immunreaktionen sind antigenspezifisch. Es kann ja sein, dass das Immunsystem spezifisch für Brustkrebs-Antigene bei einer Brustkrebs-Patientin runtergefahren ist. Deswegen haben sie aber noch lange nicht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass sie Windpocken bekommen oder Masern. Dass die Zellen des Immunsystems, die dafür empfindlich sind, die sind noch voll da und sind auch noch aktiv. Ich glaube, man muss von einer Balance sprechen. Das heißt, dass die Tumorzellen, die sich ja ständig teilen und die Immunzellen, die antigenspezifisch sind, miteinander koexistieren und interagieren. Also da kommt es zu einer Kommunikation. Und sicherlich wird das Immunsystem einige dieser Zellen kaputt machen und wird gegen den Tumor vorgehen. Aber insgesamt ist diese Balance mehr auf Seiten des Tumors zu sehen. Die pfiffige Idee wäre, diese Balance auf Seiten des Immunsystems, der Immunreaktion zurückzubringen, sodass eben mehr Zellen abgetötet werden, als entstehen können. Forschungen am Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen, also von Ihnen Forschungen, haben gezeigt, dass Patienten mit zellulären Immunantworten, also die diese Immunantwort im Tumor haben, die nennt man ja T-Zellen, richtig, eine bessere Prognose haben, als die, die das nicht haben. Also man kann unterscheiden, schlechtere oder bessere Immunantwort. Wenn Sie uns doch bitte mal schildern können, was das bedeutet. Warum haben die einen Patientin eine bessere, die anderen eine schlechtere Immunantwort? Und was passiert, wenn die schlechtere Immunantwort, wie zeigt sich die schlechtere Immunantwort? Bisher konnten wir nur feststellen, dass es Unterschiede bei den Patientinnen gibt, was einerseits vielleicht auch auf den Menschen an sich zurückzuführen ist, auf sein spezifisches Immunsystem, das ist ja nicht bei jedem Menschen gleich, und seine Möglichkeit, sich überhaupt gegen Brustkrebs zur Wehr zu setzen. Aber zum Zweiten kommt es natürlich auch ganz essentiell auf den Tumor drauf an und auf die biologischen Eigenschaften des Tumors. Wir haben durchaus gesehen, dass verschiedene biologische Brustkrebstumoren, wir unterscheiden ja in Hormonrezeptor-positive, also Luminal A und B, wir unterscheiden in Triple-negative, also die gar keinen Hormonrezeptor und auch keinen HER2-Neurezeptor ausprägen, und in die HER2-positiven Mammakarzinome. Und wir haben gesehen, dass alle diese Subtypen unterschiedliche Immunreaktionen hervorrufen. Denn es gibt nicht nur die zelluläre Reaktion mit den T-Zellen, es gibt auch noch die Antikörperreaktion, das sind die sogenannten B-Zellen. Und es ist so, dass diejenigen Tumoren, die Hormonrezeptor-positiv sind, eher zu dieser T-Zell-gerichteten Immunantwort neigen und die anderen eher zu der B-Zell-gerichteten Immunantwort. Und das erklärt, dass die eine bessere Prognose haben in der Regel, oder? Die Hormonrezeptor-positiven. Nein, das glaube ich nicht. Das hat was mehr mit der Tumorbiologie zu tun. Aber das Immunsystem kann hier schon eine wesentliche Rolle spielen. Aber man weiß es halt noch nicht ganz genau. Wir sind da leider noch am Anfang der Forschung. Deswegen kann ich Ihnen leider auch noch überhaupt nicht sagen, inwieweit das Erkennen des Tumors durch das Immunsystem tatsächlich modifiziert werden kann. Also ob wir aktiv hier einschreiten können. Wir versuchen am Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen und der Universitätsfrauenklinik Heidelberg, Immuntherapien zu entwickeln, die sowohl auf der Basis dieser T-Zellen beruht, also dass wir versuchen, die Patientin mit ihren eigenen T-Zellen, die wir außerhalb des Körpers verändert haben, zu behandeln. Aber wir versuchen auf der anderen Seite auch, das Immunsystem zu beeinflussen, damit diese Balance halt mehr auf die Seite der Immunreaktion zurückgeht. Das nennt man Immunmodulation. Ein interessantes Forschungsergebnis an dem Nationalen Tumorzentrum ist ja auch, dass offensichtlich sogar die Chemotherapie besser wirkt, wenn sich viele körpereigene Abwehrzellen im Tumorgewebe befinden. Das wurde am NCT, also im Krebsforschungszentrum, bei Lebermetastasen gefunden. Das müssen Sie uns jetzt erklären, denn ich oder wir sind doch der Meinung, oder es wird auch immer wieder so gesagt, dass die Chemotherapie oder wir denken, dass das Immunsystem eigentlich kaputt macht. Und wie ist das jetzt nicht ein Widerspruch, wenn die Chemo besser wirkt, wenn mehr Immunzellen im Tumor sind? Das sind so ganz allgemeine Vorstellungen, dass die Chemotherapie das Immunsystem kaputt macht. Es ist natürlich richtig, unter der Chemotherapie kann das Knochenmark beeinträchtigt sein in der Produktion der weißen Blutkörperchen. Das heißt, die weißen Blutkörperchen, das ist ja die Polizei des Körpers, das ist ja das Immunsystem, das fällt während der Chemotherapie eventuell ab. Und deswegen sind hier Immunreaktionen verschlechtert. Deswegen kriegen Patienten unter Chemotherapie häufiger zum Beispiel Lungenentzündungen. Aus einfachen Entzündungen können schwerwiegende Folgen entstehen. Deswegen muss man da aufpassen. Aber das Immungedächtnis, das was wir brauchen, um eine Immunreaktion, die wir schon mal gehabt haben, später schneller wieder hochfahren zu können, also dass wir nur einmal Windpocken im Leben bekommen, das bleibt erhalten, weil das sind Zellen, die sich nicht teilen. Die bleiben im Knochenmark, die teilen sich nicht. Die Chemotherapie zerstört nur sich teilende Zellen. Und deswegen ist das Immungedächtnis voll vorhanden. Das haben Forschungen sehr schön gezeigt. Zu einem späteren Zeitpunkt, wenn der Tumor aus der Brust entfernt worden ist, die Chemotherapie ist erfolgt, die Strahlentherapie ist erfolgt, und es sind trotzdem noch kleine Mikrometastasen da, das ist ja das Gefährliche an Brustkrebs, dann wissen wir, dass das Immunsystem diese Mikrometastasen erkennen kann. Und wiederum kommt es zu einer immunologischen Reaktion in einer Balance. Je kleiner diese Mikrometastasen sind, vielleicht desto besser ist die Möglichkeit des Immunsystems, diese kleinen Metastasen in Schach zu halten, quasi abzukapseln. Warum dann irgendwann mal diese Metastasen vielleicht doch, diese Mikrometastasen doch wieder ausbrechen, vielleicht liegt das tatsächlich an einer Insuffizienz des Immunsystems oder neue Mutationen des Tumors. Das wissen wir alles noch nicht. Das sind aber Ideen, die wir da haben. Bei der Patientin, die eben mit der Brustkrebserkrankung im Anfangsstadium zu uns kommt, da gibt es tatsächlich gute Daten, dass die Infiltration durch bestimmte Immunzellen ein positives Charakteristikum ist. Wenn wir jetzt eine Chemotherapie geben, dann mag es sein, das ist zumindest das, was wir vermuten und was wir auch jetzt in ersten Studien bestätigt gefunden haben, dass die Chemotherapie diese regulatorischen T-Zellen, die eine Immunreaktion gegen den Tumor unterdrücken, dass diese durch die Chemotherapie besonders angegriffen werden und zerstört werden, sodass praktisch der Tumor keinen Schutz mehr hat gegen das Immunsystem und das Immunsystem besonders loslegen kann. Wir haben gefunden, bei metastasierten Patientinnen, dass wir diese regulatorischen T-Zellen mit einer niedrig dosierten Chemotherapie, die jeden Tag gegeben wird, ausschalten können und dadurch Immunreaktionen hervorrufen können, die vorher nicht da waren. Und wir sind sehr hoffnungsvoll, dass wir das anwenden können, erstens im Frühstadium der Erkrankung, aber dann auch im früheren metastasierten Stadium. Und das werden wir jetzt untersuchen, da laufen gerade die Anträge für zwei sehr interessante Studien. Das ist ja hochinteressant. Das heißt, man würde mit einer niedrig dosierten, die ja auch die Frauen nicht so belasten würde, niedrig dosierten Chemotherapie, vielleicht über längere Zeit, das Immunsystem dann immer wieder stimulieren. Modulieren. Das ist diese Immunmodulation. Genau. Und da gibt es dann demnächst, also wird eine Studie begonnen. Aber die ist sicher noch nicht so, dass man schon sagen kann, man kann sich dafür anmelden. Nein, leider noch nicht. Also es ist so, dass wir diese Studie gerade geschrieben haben, das Studienkonzept, das muss jetzt von den Zulassungsbehörden geprüft werden. Das ist ja heutzutage alles über das Arzneimittelgesetz, das Paul-Ehrlich-Institut, das Regierungspräsidium, die Versicherung und so weiter. Das muss alles abgedeckt sein. Ich lehne es grundsätzlich ab, das Immunsystem zu erforschen und auch gerade diese Therapien an Patientinnen auszuprobieren, ohne den Frauen auch einen richtigen Schutz zu geben. Denn letztendlich ist es so, wir wissen nicht hundertprozentig, was wir da hervorrufen können. Das sind ja erste Ideen und Studien, die sehr hoffnungsvoll sind. Aber es kann natürlich theoretisch gesehen auch zu einer Reaktion kommen, die ich jetzt nicht vorhersehen kann. Und da müssen die Frauen auch abgesichert sein. Da müssen Versicherungen da sein, die diesen Fall abfangen. Ich weiß, dass es sehr viele Menschen in Deutschland auch gibt, die Immuntherapien gegen zum Teil sehr viel Geld anbieten. Und das kann ich einfach nicht verstehen. Weil ich weiß, dass die Datenlage, die weltweit existiert, hierfür keine wirkliche Grundlage bietet. Wenn das so wäre, dann hätten wir so eine Therapie auch bei uns in Deutschland im Angebot, die würde von den Krankenkassen finanziert werden. Das ist aber nicht der Fall. Also gibt es keine akzeptierte immunologisch-zelluläre Therapie. Und ich kann nur davor warnen, hier teure, teure Therapien einzugehen, ohne wirklich eine rationale zu haben, dass die für die einzelne Patientin auch mit einer positiven Entwicklung ihrer Tumorerkrankung einhergehen. Aber wir Patientinnen können doch aber schon was tun, um unser Immunsystem zu stimulieren oder zu modulieren. Was können wir selbst dafür tun? Also das Wichtigste ist, dass wir den Körper in einer normalen Kondition laufen lassen. Ich halte nichts von bestimmten Diäten, die hier das Immunsystem auch zum Negativen hinbewegen könnten als Beispiel. Also gutes Essen, gutes Trinken, nicht übermäßig wenig, nicht übermäßig viel. Also alles in normalen Maßen. Das ist, glaube ich, erst mal was ganz Wichtiges. Ich denke auch, dass es wichtig ist, dass man auf die Gesundheit achtet, in dem Sinne, dass man vermeidet, grippale Infektionen sich jetzt zuzuführen. Also man sollte schon schauen, dass man als Krebspatientin gesund lebt. Aber das ist ja immer so sehr relativ. Das Immunsystem per se ist nicht spezifisch stimulierbar durch irgendwelche Aktionen, die man machen kann. Also irgendwelche Essensgewohnheiten oder Alkohol weglassen oder Ähnliches in der Richtung. Was aber durchaus das Immunsystem positiv stimuliert, aber das hat auch mit dem Gesamtkörper zu tun, ist Sport. Das kann ich ohne Einschränkung empfehlen. Das ist wirklich etwas, was jedem Menschen hilft. Und es ist nicht nur gegen die Brustkrebserkrankung, sondern vor allen Dingen auch gegen die Herz-Kreislauf-Erkrankung, die ja noch wesentlich höher in der Statistik stehen für lebenslimitierende Erkrankungen. Und ich denke, wenn Sie diese interessante Studie beginnen, werden wir sicher auch bald davon erfahren und werden dann uns auch einbringen können. Vielen Dank für die sehr interessanten Ausführungen. Sehr gerne. Vielen Dank.